Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist eure Angie. Ich hoffe natürlich euch geht es gut und ich möchte euch heute nämlich gerne meine Haferflocken Power-Mahlzeit vorstellen. Die Haferflocken sind nämlich richtige Sattmacher, sind reichlich an Ballotstoffen, stärken euer Immunsystem, da sie viel Zink enthalten. Zusätzlich machen sie euch schön, denn sie sind reichlich an Beauty. Außerdem ideal für Sportbegeisterte, der Haferflocken viel Eiweiß enthalten. Ja alles was ihr dafür braucht sind natürlich Haferflocken, davon habe ich Feinblatt genommen. Ich habe Kokosraspeln, Cranberries, Johannisbeeren und Himbeeren und Bananen. Ihr könnt natürlich individuell noch selber entscheiden was ihr dazu machen könnt. Kiwis zum Beispiel oder Äpfel. So kommen die Haferflocken jetzt rein. So voll ist es jetzt und jetzt kommt da noch Wasser mit zu. So ich habe das Wasser schon reingetan. Es sollte nur ein Tick höher sein als die Haferflocken selbst. Ich habe es jetzt auf die oberste Hitze eingestellt und verrühre es erstmal bis es ganz leicht aufkocht. Aber in der Zeit ist ganz wichtig zu verrühren, solange es hoch köchelt, weil sonst verbrennt ist. Und es wird dann fertig sein, wenn es breiartig aussieht. Dann lasse ich sie so drei Minuten köcheln. So ich habe es schon mal ausgemacht und lasse es noch mal kurz durchköcheln. Aber es ist schon fertig. Tada, fertig. So ihr Lieben, ich hoffe natürlich euch hat das Video gefallen und dass wir uns bald wiedersehen. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und besucht mich doch gerne auf Instagram, den verlinke ich euch unten. Und abonniert mich gerne, wenn ihr immer auf die laufenden Seinen wollt. Nämlich.